hallo und herzlich willkommen zurück zum neuen let's play von mir und zwar diesmal wieder aus der challenge zusammen mit einem lesbofi müssen wir gerade bei einer grillparty genau ich habe chrissimann zum grillen eingeladen mit meinem farm grill auf jeden fall 81 folge leute lang wie die zeit verhält und auf jeden fall witz und steak ja geben es mal schauen sie mal wo es so vorbeifahrt ach dass du kriegst du wieder nachschub oder was ja ist halt wirklich so da oben ist der dommer jcp oder sehe ich falsch na das ist was anderes glaube johann steig ja geht schon noch eins bitte so hier lassen wir zum dommel gehen ich war noch nie auf seinen hof ja lassen wir spielen hingehen johann sorry jungs wollte ich so langsam bin jungen 500 km h alter dort hat er gerade mit einem schönen favorit ein paar jaja danke dass ich einfach nicht sehr johann sympathisch hallo servus wir haben die grott ich habe die grott und segen beim händler weg von mir dann pass auf er ist es gott in einem fändler und das ist perfekt gemacht für das häcksel besser an kann man mal fahren kann man irgendwie helfen mir mal die karte aufhören singen ich habe nichts in der wusch gegeben weil sie zum grillen eingeladen kann ich mal fahren wir brauchen jetzt aber ich sehe da fällt unten ist erntereif das soll wie letztens beim stroh einfahren bei der 40 10 richtig wenn man dort häxen kannst du wenn du magst ein bisschen mit einfahren und es wird der hexer fahrer wo fahrst du einfach mal ein geiler und er hat auch gesagt du darfst nicht fahren ich war schon immer wir waren alte freunde du weißt bescheid ohr guck die kurven an achtung alter du bist ein clown was hat denn der das 390 t oder ich habe schon gesagt werden die erlaubt reinzusteigen das bin ich der immer überall einsteig war das schaut schön als das ist für meinen kollegen das einfach so einsteigt was hätten jetzt an grüß gott grüß gott grüß gott wir würden sie mal bitten zu eurem hof zu kommen wir würden euch mal bitten zu eurem hof zu kommen ich bin schon auf dem hof eher gesagt nee ich fahr gerade eine mf ich kann gerade nicht ich bin jetzt gleich im hof ich bin jetzt da alles klar wo drum geht es nicht weiter wo es kommt ein dorfer gerät daher ja 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 ich bin hier oben zu grüßhof geell taxi vorbei oder soll ich wieder runterlaufen da kommt ein taxi vorbei perfekt dann warte ich hier oben alter dummelo ist das sogar schweine ja die erinnern mich halt irgendjemanden in real life okay ist das nicht die schlüsse was ist das meiner danke vielen lieben dank dafür wie komme ich zu der erre ey wenn du da schlachtest kommt der reis aus indem ihr mit mais geäckert habt vielen vielen lieben dank und wir haben noch fünf millionen übrig deswegen haben wir gedacht ja ey das ist der nils hier vorne ich komme nicht mehr raus ja du musst ach hier ist die tür jetzt hast du was cool äh 270 cool danke aber können sie machen was sie wollen entweder verkaufen oder behalten oder ja halt sei ein geschlagende her warum soll er denn verkaufen was bei den haben sie die in der ab die nächste auch so viel mehr Hühner Nö aber auch Geld auf Axie Joopal Gnagel kann es glauben nicht verarschen oder uns Bündchen lieben Dank dafür wir haben zwar nicht wollen dass das in der LKW 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 jetzt glaube ich und das ist nicht aber auch ich bin Usain Bolt, ich lauf du bist gar nicht fahr schon mal rüber auf Justins auf Chris ja ja ich bin schon unterwegs am besten in die Ballen und in die Eierkardons übrigens, ja die Ballen nicht mehr übrigens, ich hab seit einer Woche einen Kollegen bestellt für Spritzen auf meinen Feldern und die für Op-Ernten, wie schaut es denn damit aus? Unkraut-Spritzen ach so ein Ungarn-Spritzen ok das ist was anderes ja ja du doch ich komme in die Ketten CGB ich hab was Falsches drauf auf dem Tieflader ja wenn wir denken jetzt ja ach du scheiße ach du scheiße die Profis haben wir jetzt geht's los ja ich bin der Sekretär, ich darf das wegfahren ich bin der Sekretär, ich darf das wegfahren Sekretär? wir haben einen kleiner Praktikant, Junge der rutscht da rum du hängst du bleibst sitzen glaube ich ja ja der ist sitzen geblieben wie in der Grundschule so danke Profis am Berg Profis am Berg guck er war mal schön scheiß Motorhahn der rutscht da rum wie noch mal was der ist aus, da kommt der Hänger ja dann steig auf dass die Scheiße ist einfach da so stehen dass die Scheiße ist einfach da dann steig aus dann rutscht der da so eb also L.U. arbeiten können die ja ganz gut aber Sachen transportieren das üben wir noch mal oh vielen, vielen lieben Dank Taffi also wenn der Kunde der da drin hockt nicht dabei ist dann geht sowas auch wow ja seit ihr nervös wenn ihr nicht zugucken so was geht denn jetzt mir alles was hier steht der Case mit dem Case von Dada nein der Case mit dem Case von Dada ne oder 270 PS FZ 60 auf 6 Meter hochhöhe was ist der Haken dahinter ähm Maisparty mitgemacht als kleines Dankeschön die hab ich doch schon redig Nagelnääräaäähää ner advisory homma i satt ihn ja mir numa Ich mach mit meinem Käse in Ruhe. Zwei Verrückte auf Anhof, das wird nix. Mit einem Käse? So, mein Motor ist schon warm gelaufen. Ich muss einmal kurz in Salo. Alter, jetzt komm her. Jetzt hau ich dir die Karre in zwei. So, musst du kurz sein. Ciao. Tschüss. Kann ich jetzt mal weiterfahren? So, dann schau mal weiter. Jetzt hör auf, Justin. Also, fahr jetzt. Ja, geht schlecht, wenn du mich die ganze Zeit hochhebst, wie so ein Homo. Fall dem Fitnessstudio zwei Wochen. Zwei Wochen oder jetzt zwei Minuten. Zwei Sekunden. Wala. Hallo, bitte anrufen. Wie ich mich das mache. Oha. 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 Ja, Selou soll anrufen. Ja. Ja, der Chris kann gerne was machen. Ich trinke mir das mal ein Stück Kaffee. Ein Stück Kaffee trinke ich mir das. Wow. Christoph? Ja. Alter. Ich red mit Chris. Was? Willst du dreschen, oder soll ich? Ich kann dreschen. Echt? Kannst du das? Nee. Du kannst doch zusammendreschen. Du kannst doch zusammendreschen. Dann komm ich mit dem Dominator und du dreschen. Also, bei mir wäre dann einmal die Feld 25 und 55 zu ernten. 55, alles klar. Und 25. Dann hätte ich gesagt, Chris, du machst auch die... Was? Spritzen? Spritzen ist auch eigentlich einer bei mir auf die Felder. Mach ich heute Abend wieder. Ich wische, weil ich damit auch... Aber das ist richtiger Pestizide, weißt du. Alter, wer steht da vorne mit seiner scheiß Plastikflunder. Das ist ein Dütz. Das ist ein Chris. Das ist ein Chris. Ein Dütz. Ein Dütz. Ich hab kein Dütz. Ein Dütz. Ein Dütz. Wir sind ja nicht in England. Ein deutsches Dütz. Das war eine... 2 cm schneller, Alter. Bitte. Danke. 2 cm schneller. Ja, oder? 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 kein deal auf dem stadt kennt warum was mit dem deal was so jetzt ist ja dann also der herr kollege sie holen und ihr habt ihr angebot schon kriegt für selten warum soll ich holen die gülle also der herr kollege da der an schwarzen fan mit anhängen auf meine wiese gestellt wird weil kann es drauf stehen lassen ich bezahle schon so dass sie sind damals ein ajo pas schon herr kollege das war so klar junge es war so klar damit darf alles aufgestanden hätte es mal eine halbe stunde umgeheult es war dafür dass du mir die wiesen da weggeschnappt hast weil ich ja die habe ich schon langgekommen trotzdem hast du dich weggeschnappt was fällt dir eigentlich ein da zuerst kommt mal zuerst was fällt dir ein ich mal schon mal gar nichts ja weil du es nicht kannst ey Chris ich sollte eigentlich immer noch die Kreide für die Straße kaufen weil ich heute einkaufen will die Klinik also ich schätze nicht einmal mit dem demnach gehen das haben wir noch am Tag Boden ich bin ja auch ein bisschen Reis geben wenn du willst haben er dann habe ich genug um zu tun ich habe mich noch ein 5 Meter Schneidwerk nicht durch die Stadt auch mit 5 Meter steigern weil ich bin ich einfach gesagt er spritzt ihn jetzt weil er die Oblieferung der Mieter Schneidwerk also ja und wenn ich meine Spritzen bei mir das ist doch nicht das macht euch heute Abend richtig Spaß Junge die Schüttel die konnte euch so ausmachen was ihr wollt aber ich will auch meine Felder jetzt das Unkürtel haben aber es ist unkürtelig und ich habe das jetzt mal sagen müssen jetzt bin ich mit einem Metern schon unterwegs das war er sagt Plastikbomber aus und du findest bei mir auf die Felder Plastikbomber so meine lieben Freunde das war es danach schon wieder mit der Folge wie ihr gesehen habt jetzt haben wir ein Geschenk bekommen von Melu und jo schreibt gerne mal eure Meinung in die Kommentare und dann sehen wir uns in der nächsten Folge bis dahin macht es gut ciao ciao